Heute bin ich mal wieder in der Cucinaria und ich will ein bisschen was über das Messerschleifen lernen. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Kandidaten mitgebracht. Da geht nämlich gar nichts mehr. Dominik, du bist am Messerschleifen. Das passt super. Hallo. Ich habe dir hier etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ein ganz tolles Schätzchen. Das war mal ein ganz tolles Messer und ich benutze das sehr, sehr gerne. Mittlerweile hat das so ein bisschen Sägequalitäten. Darf ich mal sehen. Schau dir das mal an, ob man da noch was draus machen kann, ob man das retten kann. Oh Gott, was hast du denn da mitgemacht? Ja, alles das, was man so mit dem Messer normalerweise macht. Dosen geschnitten, Nägel gekürzt. Ich habe es leider auch in der Geschirrspülmaschine gehabt. Das ist nicht so dolle, oder? Ja, nee. Also die Klinge leidet darunter wirklich stark. Also man sieht es auch, die ist ziemlich ausgefressen. Aber das bekommen wir wieder hin. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und wie? Ich muss auf jeden Fall erstmal den Grundschliff jetzt draufsetzen mit der Maschine, weil ich muss ein bisschen Material abnehmen, weil hier wirklich Furchen drin sind. Das heißt also, man kann das nicht mit einem dieser Geräte, die du hier aufgebaut hast, machen? Doch, könnte man schon, aber man würde sehr, 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 sehr lange schleifen und dann würde man eine Stunde erstmal den Grundschliff drauf machen und dann könnte man richtig schleifen. Und so sind das zwei Minuten und dann habe ich den Grundschliff drauf. Okay. Und bei denen hier, die sehen ja alle super aus. Wie schleifst du die? Die kann ich einfach über einen Stein nachschleifen oder einmal ganz kurz über die Maschine abziehen. Aber ich könnte auch einfach so einen schönen Rollschleifer nehmen. Das geht ganz easy. Zeig mal, das will ich sehen. Sehr gerne. Also das Praktische an der Horschleifer ist, du hast zwei Grade für das Messer, also Messergrad von einer Spitze. Kannst du auswählen, ob du eine sehr, sehr Spitze haben möchtest. Ist sehr, sehr scharf oder eine etwas stabilere, dafür aber nicht so, so scharf. Dann hält sie etwas länger beim Schneiden. Und wie häufig mache ich das? Das ist ein bisschen nach Gefühl, je nachdem, wie viel du schneidest, auf was du schneidest. Ja. Ich würde sagen, einmal im Monat, dann hat man immer ein schönes, scharfes Messer und das dauert auch schnell. Das ist jetzt nicht so. Da komme ich so drüber. Und jetzt machst du es scharf? Jetzt mache ich es scharf. Wir nehmen auch einen etwas besseren Winkel, also einen etwas spitzeren Winkel, damit es einfach noch schärfer wird. Man kann es komplett an den Magneten, genau. Es hält von ganz alleine, ist auch ein sehr starker Magnet, also man braucht auch keine Angst haben, dass es irgendwie sich verrutscht. Man stellt es schön gerade auf, sodass es auf dem Boden ankommt und jetzt kommt der einfachste Teil. Man setzt einfach den Haulschleifer an der Klinge gerade an und ohne viel Druck geht man nach vorne und nach hinten. Das Messer wird geschliffen. So einfach? So einfach. Und man sollte im Gedanken mal ein bisschen mitzählen, wie oft man auf der Seite ist, weil auf der anderen Seite muss man die gleiche Anzahl machen, sonst hat man einen schrägen Schnitt vorne. Apropos Seite, du hast ja jetzt hier zwei verschiedene Seiten, bei dem, wie heißt der? Das ist der Haul-Rollschleifer. Haul. Der sieht ja auch noch gut aus sogar. Ja, dreht sich auch super schön, also ist auch sehr wertig. Fass ruhig mal an, wie schwer der ist. Dankeschön. Sehr gerne. Darf ich auch mal? Ja. Immer schön nach vorn und zurück. Achso, okay. Das geht ja super einfach. Genau, und du hast zwei Seiten, einmal eine Diamantenscheibe, die nimmt Material ab und im Nachgang gehst du mit der Keramikscheibe rüber und schleifst es. Mach mal ganz fein aus, die Klinge. Mach mal, ich will jetzt gleich mal den Test machen. Ja, machen wir einmal kurz Vorschliff. Was kostet denn sowas eigentlich? Der liegt bei 119 Euro. Das ist aber auch ein Investment, ne? Ja, aber der hält sehr, sehr lange, jahrelang. Okay, das heißt, ich brauche damit gar nicht zum professionellen Messerschleifer zu gehen, wenn ich das regelmäßig mache. Genau. Dann sparst du es dir eigentlich. Und das ist der gute alte Schleif, wie nennt der sich? Stab, oder wie? Wetzstab. Wetzstab. Genau, oder Schleifstab. Das kann man einfach zwischen, also vor dem Schneiden einfach mal machen oder wöchentlich einmal das Messer darüber abziehen. Es ist das gleiche Material wie hier, Keramik, was auch Keramiksteine beinhaltet und das nimmt halt wirklich Material ab. Und das kann man dann wirklich ganz kurz mal abziehen, um eine schnelle Schärfe zu erreichen. Und da haut man auch keine Kanten mit rein. Man sollte schon ein bisschen üben beim Messer, also man soll es nicht so halten, davon geht es kaputt. Man soll es auch nicht so auflegen, dann sieht es nicht schön aus. Und wie ist das eigentlich, das alte Messer an Messer ziehen? Ist das auch nicht so gut? Ne, das soll ich nicht machen, weil die beiden Stahlsorten sind gleich hart. Dann sieht es so aus. Genau, also was man machen kann, ist auf der Untertasse von der Teetasse, wenn sie nicht glasiert ist, das ist Keramik, da könnte man das Messer auch nochmal abschauen. Aber es ist schöner und einfacher, wenn man wirklich diese Schleife hat, weil es einfach gerade wird. Und das, was ist das doch? Das sieht ja aus wie, ach nee, das ist ein Stein. Das ist ein Stein mit zwei Körnung, man kann sich das auch vorstellen wie Schleifpapier, umso feiner, umso feiner kann man das Holz schleifen. So ist das mit einem Stein auch. Das ist ein keramischer Stein, der wird in Wasser eingelegt, 15 Minuten, der saugt sich einmal komplett voll. Und dann kann man wirklich anfangen, das Messer über einen Stein zu schleifen. Der muss auch immer wieder mit Wasser ein bisschen benetzt werden, weil einfach die Partikel drauf sind. Und man teilt das Messer dann auch in verschiedenen Sektoren ein, je nachdem wie groß es ist. Man legt es einfach locker drauf, hält es hier, spannt es hier ein und winkelt das ein bisschen an. Das ist ein bisschen Übungssache, weil man kann den Winkel nicht immer halten, das kommt einfach mit der Geduld. Da finde ich den... Genau, also für viele, die sich da nicht lange mit auseinandersetzen wollen, den Winkel nicht halten können, empfehle ich den Haulschleifer. Und dann hast du hier noch was mit Stecker, ist ja auch immer schön. Ja, genau. Das sieht dann ein bisschen einfacher aus. Ja, das ist eine elektrische Schleifmaschine. Das zieht man so durch oder wie? Genau, also die Messer werden dann einfach durchgezogen. Die Diamantscheiben drehen sich da drin. Man hört es auch sehr stark. Es nimmt aber sehr viel Material ab und sehr grob unten an der Klinge. Okay. Das heißt irgendwie, dass so ein Messer ist dann irgendwann nur noch die Hälfte. Ja, genau. Und hochwertige Messer würden wirklich zerfressen unten an der Klinge. Also da würde ich wirklich mit dem einfachsten Messer rangehen. Das ist okay. Und das sieht eher aus wie ein Spielzeug hier, ne? Nein, also sieht vielleicht bunt aus, macht aber viel her. Ja, weil das Prinzip ist das gleiche wie vom Keramikstein. Es sind drei verschiedene Steine von grob, medium und fein. Und das gleiche Prinzip, man füllt hier Wasser ein, dreht die Räder ein bisschen, wartet auch 10 Minuten, dass sie sich einmal vollsaugen. Und wenn die dann vollgesaugt sind, kann man es auch einfach nach vorne und nach hinten durchziehen. Ohne viel Druck, immer bis nach hinten, bis komplett nach vorne. Und man geht einfach immer feiner. Hört sich aber auch so an, als ob man ein bisschen was zerstört dabei an der Klinge. Er wäre jetzt trocken, er wäre nicht nass, dann würde man das nicht hören. Das ist natürlich sehr, sehr grob. Also das würde ich gar nicht erst machen, außer man hat so ein Messer wie du. Dann kann man wirklich aufs Grobe richtig schön runtergehen, damit man viel Material abnimmt. Aber ich glaube, das Wichtige dabei ist, man muss das regelmäßig machen, nicht? Ja, es ist ein Werkzeug. Und nicht so lange warten wie ich. Und ich bin jetzt so gespannt, ob du das Teil wieder hinkriegst gleich. Das werde ich dir gleich zeigen. Gib mir doch mal ruhig mal eine Tomate. Wir können ja mal gucken, wie dein Messer jetzt durch eine Tomate... Ja, hier eine von denen, ne? Ja. Dann würde ich mal... Nee, du musst die Klinge so aufstellen und die Tomate fallen lassen. Achso, so wie in der Werbung, ja? Wie in der Werbung, genau wie in der Werbung. Man sieht sie breit ab. Nochmal bitte. Also gar keine Schärfung mehr drin. Gut. So, ich muss einmal kurz runter, kommst du mit, dann zeige ich dir kurz so eine Schleifmaschine. Und dann mache ich erstmal einen schönen Grad wieder drauf. Ja, super. So, Boris, jetzt schau dir mal dein Messer an. Ja, da brauchte man doch die Profi-Maschine für, ne? Sieht ja aber wie neu aus. Obwohl, naja, die Riefen sind raus, ne? Aber wie lange hält das jetzt? Wie gesagt, je nachdem, wie doll du schneidest, auf was du schneidest, aber du hast auf jeden Fall einen Monat lang Ruhe. Also einen Monat? Ja, definitiv. Und dann schleife ich nach mit dem Hörl oder mit dem Wetzer? Genau. Eins muss ich natürlich noch dazu sagen, dadurch, dass du es in der Geschirrspülmaschine hattest, die Salze haben die Klinge sehr angefressen. Es sind kleine schwarze Löcher auf der Klinge drauf. Und das geht bis nach unten und das kriegst du leider nicht mehr weg. Das ist einfach ein Schaden, der nicht mehr weggeht. Aber du kannst trotzdem schneiden, das beeinträchtigt. Alles klar. Habe ich gelernt, nicht in die Geschirrspülmaschine, nie wieder, keine Messer in die Geschirrspülmaschine. Und ja, Tomatentest. Jetzt. Ich bin so gespannt. Es funktioniert. Na bitte. Wie neu. Wie neu. Aber drauf aufpassen. Ich habe es gelernt. Aber du darfst immer wieder gerne herkommen. Mache ich. Und vor allen Dingen, man lernt so viel. Ist es so ehrlich? Und den nimmst du? Den packst du mir ein, bitte. Ja, aber eins muss ich noch zu sagen. Du hast bestimmt auch Brotmesser zu Hause, oder? Klar. Diese können wir leider nicht schleifen. Okay. Weil die müssen wir zum Lieferanten einschicken, weil die haben die exakte Maschine für die Rillen und die können es nachschleifen. Falls es mal stumpf ist, bringst du uns. Wir schicken es zum Lieferanten ein und der schleift uns. Also auch nicht mit dem da ran. Nein. Also es gibt welche, die gehen da mit ran, in die Furchen rein. Aber es ist so schwierig, weil es auch ein Grat drin hat und das ist wie eine Säge. Lass das Profis machen, den Hersteller. Dann hast du wieder wie ein neues Brotmesser. Dominik, ich sage tausend Dank und Messer immer so halten. Nein, bitte nach unten halten. Nach unten halten. Messer nach unten. Klinge nach hinten bitte auch. Ich sage tschüss. Tschüss, mein Lieber. Mach's gut.